hallo schön freunde ja freunde willkommen seiner brandneuen folge von minecraft ultimate ihr seht es hat sich schon einiges verändert nämlich erstens haben wir wieder ein brandneues texture pack am start beziehungsweise wir hatten es eigentlich schon mal und zwar das wieder das lief ist oder lithos texture pack das hat mir bereits im winter das ganze wurde geupdatet jetzt für die 1.16 ja und es ist nicht mehr alles weiß das ist doch super ihr seht auch mein inventar ist komplett voll das liegt daran dass ich ausgehen ja ein bisschen den wald abgeholzt habe und habe dann noch so ein bisschen angefangen die ganzen berge wegzumachen und dabei ist mir doch leider unser ende alter eine luft gesperrt in die luft gesprungen in die luft gegangen ja das müssen wir wieder neu aufbauen da mache ich jetzt aber nicht und ihr seht ich erscheine hier in voller netherite rüstung ja das habe ich nicht getätet ich bin tatsächlich im nether gewesen und habe noch ein bisschen netherite gesammelt aber noch eins um das schwert zu reparieren und nahm sogar noch so ein sonne scherbe oder wie das heißt weil ja ja das sieht jetzt schon alles ganz anders aus was habe ich noch alles genommen ich weiß es gar nicht gott ich muss mich jetzt erstmal hier wieder zurecht finde ich muss erstmal alles weg packen ja heute werden eigentlich nichts besonderes machen wir werden ein paar villager unsere villager werden wir wieder zusammen formen hier halt war ich jetzt eher den gemacht ja unsere villager werden weiter weiterbilden ich weiß es nicht ich weiß immer nicht zum tanzen bringt weil es mit dem holz passiert dort hier sieht man beispielsweise die neuen nach hier die die neuen texturen so ein bisschen hier drauf der schwarzstein basalt oder das hier auch ich habe doch ganz bestimmt wo habe ich meine erde hingepackt nee bin ich denn blind ach die habe ich da oben was ist denn da jetzt los aber diese bären büsche die sind auch fantastisch aus ne so nachdem ja beim letzten mal irgendwie diese klinde abhanden gekommen ist und der feilhut ding da das gucken wir gleich auch noch ja müssen wir erstmal gucken ob die jetzt noch da sind ich pack hier erstmal wieder die ganze erde rein wie zum beispiel dass das das ist dann meine erde ich habe holz habe ich alles erst vor kurzem neu angeordnet hier das kommt da rein ich habe hier schon wieder da viel zu viel das ist meine erde ich hab da wir werden sehr wahrscheinlich in den nächsten folge auch mal wieder auf reise gehen aber auch schon lange nicht mehr gemacht und dann nehmen wir natürlich wieder unseren hund mit ich finde es auch schön wie das netherite schwert so stacheln hier an der seite hat unsere ganze rüstung sieht auch irgendwie so seltsam aus ich glaube das ganze pack ich einfach mal hier rein das kommt auch noch dahin das kommt dahin leider müssen ich dachte vor uns hin leider müssen wir uns unser ender kristall wieder züchten das ist natürlich nicht so toll und das ende ist auch weg das hat natürlich alles wunderbar gepasst so hier haben wir übrigens den netherite schrott das kommt noch hier rein das kommt noch da rein was habe ich jetzt ach das ist immer noch voll ne ich habe t das kommt ganz schön mal hier rein jetzt fängt an zu regnen ich fast nicht das kommt da rein das kommt da rein hier kommt das da rein da wo habe ich die spitzhacke das kommt unten rein das kommt oben rein das kommt alles oben rein weißt du was dann packe ich die karotte jetzt auch oben hin das schwein hier da ist immer irgendwas anderes mein gott was macht denn der da das kann ich jetzt auch einfach da rein so das kommt noch unten rein jeweils was das behalte ich jetzt alles das behalte ich alles ich brauche was wollen die denn immer haben das nehme ich einfach mit kohle wollen die haben achte da ist meine kohle hin das müsste reichen stöcke wollte der andere haben da habt ihr auch genug kohle block das wollen die ziegel nicht klopft meine nachbarn wieder da unten rum was ist denn hier los was macht denn die kuh da oben so guten tag nein das lama nee die sehen jetzt ganz bescheuert aus oh nein der sonnengott geht mal alle silke linde was ist passiert hallo ich dachte gerade schon an welchen spinnen netz hallo level 4 ist der schon sehr schön das finde ich klasse so ein banner das machen jetzt habe ich gar nichts mehr ich dachte da wäre was explodiert hey hallo die angel der ist immer noch er weiß was ist nämlich mal was ist denn das halt hallo normalen stein ist das ne und das ist polierter diorit never quats hä das stimmt bei dem nicht der ist ja schon maximales level werksweck schmied der soll level 4 was ist denn das ne was ist das das brauche ich für 12 habe ich jetzt leider nicht mehr wie viel bringt das wenn wir fast genauso viel und was ist das denn soll ich das jetzt eigentlich weiß ich erfahre mir erst mal wieder alles hallo ach das ist der der metzger trägt er gerade noch das hier der wird alles roh haben getrocknet ich hab 9 maximales level ist was ist da oben was stimmt mit der anzeige da oben nicht so jetzt nehme ich ein paar süß ah ah nein doch nicht der guten tag nein was macht ihr denn jetzt beschützt er den doch noch süßbären naja dann läuft schon katzenvieh mann was ist denn das für ein tag macht die tür zu äh der polierter diorit ne wollte der au den hab ich den kann ich ihr genug geben kann ich auch hier grad schnell polieren natürlich nicht steine kleine steine glatter stein nein das ist das da oben ne das will ich nicht normalen stein das 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 was mache ich denn hier jetzt hier will ich nicht hin da rote rote beete bambus will niemand aber das warum stellst du das ei her ach das ist ein wunderschöner tag was ist denn hier passiert ihr habt das doch genau vor eurer haustür ich hab das essen jetzt vergessen da kannst du an die arbeit ja genau was war das jetzt noch mal hallo ha achso fisch ich hab das gefühl das schlägt immer genau neben mir ein der ist ja immer noch 3 im boot und das ist das letzte langsam habe ich das gefühl mit meiner playstation stimmt irgendwas nicht gibt es nicht seit neuestem irgendeine kombination immer jetzt hier drücken muss warte wie geht das so langsam habe ich das gefühl meine playstation hat ganz ganz große probleme ich meine hier ist anders laut in layers of 4 in der aufnahme heute ist einfach ist es komplett ist meine playstation hat sich runter gefahren ich habe nicht vor diese folge hier irgendwas rauszuschneiden ich habe nicht vor diese folge hier irgendwas rauszuschneiden muss ich jetzt wohl aufgeben denn die folge die kommt morgen ich kann es morgen noch mal versuchen ich kann es auch später noch mal ein bisschen versuchen wenn es da nicht funktioniert weil meine playstation ich glaube die die hält irgendwie nicht mehr lange an ich weiß nicht ich habe die letztens geöffnet wenn ich schon die ganze zeit immer so laut war ich habe immer entstaubt aber das ist doch schon wieder einen monat her oder so ich weiß es nicht irgendwas stimmt in letzter zeit mit meiner playstation nicht ja und ich gebe das jetzt an dieser stelle auf das heißt das war's von dieser folge sie ist jetzt etwas kürzer aber ich hoffe ihr könnt mir das verzeihen die nächste folge wenn morgen keine folge kommt könnt ihr wohl davon ausgehen dass das projekt erstmal wieder passiert wird ja ich habe das jetzt schon tausendmal hier versucht das ist ich komme immer wieder hierher ich habe das gefühl seit diesem neuesten update womit das eigentlich behoben sein sollte geht es erst recht nicht ja ich hoffe dann wir sehen uns morgen wieder vielleicht aber auch schon wenn es jetzt bei mir morgen früh noch klappt oder später sehen wir uns jetzt genau wieder ich glaube das allerdings nicht von daher bis zum nächsten mal bis zum 13 und tschau